Hallo und willkommen bei der Browser Game Woche. Ja, falls sich der ein oder andere jetzt wieder fragt, what is she doing? Ja, schaut euch gerne mein erstes Video dazu an, zur Browser Game Woche. Da erkläre ich alles, warum, wie, weshalb und so. Und heute spielen wir superhex.io. Ich habe natürlich ein cooles Spiel für diese Folge rausgesucht. Und ich kannte es vorher noch nicht. Und wir spielen das jetzt einfach mal. So. Anscheinend kann man sich hier so einen Bereich machen. So, warte. Zack. Hä? Was habe ich denn jetzt gemacht? Nicht wahrscheinlich. Okay. So nochmal. So. Okay, man darf anscheinend keinen zu großen Bereich machen. Sieht aus wie so Bienenwaben irgendwie, habe ich das Gefühl. Ist aber eigentlich total cool. Man kann es immer größer ziehen und immer größer. Und man kann sogar Leute damit anscheinend killen. Wie, wenn man die da angreift. Und einfach in deren Territorium geht. Und guckt euch das an. Guckt euch das an. Wir übernehmen jetzt gerade das Pilz von mir. Zack. So einfach geht das. Es gibt wahrscheinlich Leute, die jeden Tag hier spielen. Das wäre auch super neid. Ich bin gespannt, ab wann wir auf dieser Liste stehen. Hä? Was ist denn jetzt passiert? Ich verstehe es nicht. Warum bricht es zwischendurch einfach auf? Entschuldigung. Versuche es nochmal. Oh, jetzt sind wir komisch vor. Ich hasse Orange übrigens, Leute. Ich hasse Orange. Ne, jetzt kommt der. Will mich hier einnehmen anscheinend. Das kriegst du nicht hin, mein Freund. Was, wenn man jetzt einfach in sein Ding geht? Dann ist er theoretisch schon Orange. Ja. Ein Kill bekommen. Ah, okay. Das heißt, gerade ist wahrscheinlich einfach jemand in meine Lane hier gegangen. und hat mich dann killt, blöd gesagt. Deswegen sollte man auch eher kleine Dinger machen. Ha, jetzt verstehe ich das okay. Jetzt kommt er hier zu mir. Ah, wir sharen. Ah, seht ihr? Okay, jetzt habe ich es verstanden. Das war Asi. Das war Asi. Ah, gut. Ah, das ist eine schöne Farbe. Machen einfach Kreisart. Ich will Vergrößern ins Kreisart. Das ist die safest one. Kann auch theoretisch nur, also an seinem Nest lang, oder? Das ist ja auch lustig. Jetzt komme ich von hinten, mein Freund. Gefragt, wieso ist er so mega groß? Ist ja gar nicht crazy oder so. Ich nehme ihn jetzt einfach ein. So muss das. So, noch eine Wabe da hinten. Es muss schon richtig Strategie haben hier. Schon crazy. Ihnen juckt das anscheinend auch gar nicht. Oder er checkt es gar nicht. Glaube ich. Ob ich ihm das hier gerade madig mache. Wird geil, ey. Zack. Weg ist er. Wahrscheinlich nicht wegen mir, aber lustig. Ich finde das auf jeden Fall ein lustiges Spielte. Ich kann einfach gehen und alles angreifen. Das ist so crazy. Ja, komm ruhig her. Komm und versuch dein Glück. Jetzt hat er mich gekillt. Mit sowas Einfachen. Ist ja voll egal, wie groß man ist. Oh, ist das fies. Fies. Okay. Hallo. Ach. Jetzt kommt blöde Werbung. What the fuck? Yay, wir sind pink. Endlich. Okay, wir starten anscheinend von da oben. Von weiter oben. Pie. Sehr geil. Können ja schön groß werden. Schein ist ja kein Mensch neben uns. Doch. It's green. Sollen wir größern uns einfach mal in die andere Richtung. Und schauen dann, ob das gelbe klingt. Wen wir hier so umbringen können. Erstmal uns hier ausbreiten, ne? Erstmal groß werden. Und dann kriegen wir das schon hin. Piu. 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 Hello! Bam! Tot! Eigene Schuld, mein Freund! Was ist er denn? Ich mach' hier ziemlich risky, ziemlich risky bin ich. Da ist er, lol! Okay, ich nimm's einfach von da ein. Bam! Und so werden beide tot! What the fuck? Okay, man darf anscheinend nicht aufeinander zugehen, weil sonst ist man auch wirklich tot. Okay. Ich spiel' mal weiter. Ich find' das Spiel total lustig. Es ist halt egal, wie groß man ist. Es ist halt total, also total strategisch irgendwie so. Wo ist er denn? Ach, er ist da hin. Tja, Johnny, komm' her! Oh! Nö! Ach so, weil ich in seinem Gebiet war! Der Arsch! Der Arsch! Du Arsch! Okay. Aber er hat eine gute Taktik gefahren. Also, am Rand bleiben. Weil dann kann halt niemand so richtig krass... Oder man darf nicht an den Rand. Okay, ich hab's verstanden. Ich hab's jetzt verstanden. Man darf anscheinend nicht genau auf den Rand zu fahren. Ist doch fies. Aber gut, dass wir hier wieder sind. Okay, wir lernen dazu, Leute. Wir lernen dazu. We're learning. Aber er war ja auch am Rand. Also hat er anscheinend einfach nicht, äh... Ja, dieses Ding da gehört. Ich meine, man kann ja diese Warten da nehmen, hoffentlich. Piuuuh! Okay, anscheinend hat irgendwer blaues. Genau, das ist die gleiche Idee wie ich. Wir müssen uns natürlich ausbreiten, Leute! Ausbreiten! So. Schaut euch das an. Er ist... Oh, man kann's nicht sehen. Anscheinend lebt er nicht mehr. Hello! Wow! Die sind riesig! Okay, wir waren wahrscheinlich eh schon mal so groß. Und... Alter, das leckt teilweise. Ist ja voll kacke. Yes! Wir sind auf der Liste, Leute! Bam! Schaut euch das an! Mega! Wir sind auf der Liste, wir sind auf der Liste, wir sind auf der Liste. Wir haben es geschafft! Sogar Platz 8! Wow! Und immer klein groß werden, ne, damit auch gar keiner eine Angriffsfläche hat. Sonst kommt hier gleich jemand und will mich direkt abfüllen. Wieso sind wir jetzt nicht mehr drauf? Wie unfair! Hallo! Okay, hier wird einer ganz schön schnell groß. Aber was ich auch crazy, also was ich cooler finde, wenn man jemanden killt in diesem Spiel, dass... Was, Leute? Der Spaß! Oh mein Gott! Jelly, ich hasse den! Okay, wir machen weiter. We're not giving up, okay? We're not giving up! We're not giving up! We're not giving up! Das war knapp, aber wir haben schon mal etwas Space hier. Okay! Schlafen! Yes! Es wird! Es wird! Langsam ernährt sich das Eichhörnchen. Oder wie war der Spruch? Weiß ich schon noch nicht mehr. So, wir machen jetzt richtig Risky. Wir machen richtig Risky. Wir sehen ja gerade keinen neben uns außer er. Wir machen jetzt mal wieder. Wir machen jetzt mal den Kopf. Wir haben jetzt mal den Kopf. Okay, 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 okay. Ich mach dich tot, Junge! Wir haben es geschafft! Und du komm ruhig her. Den, den mach ich auch kaputt. Boah, Leute! Er weiß wie es läuft. 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 Komm ruhig her. Boah, das war richtig Whisky. Leute! Okay, er macht woanders hin. Oh, er hatte dann das gleiche gemacht, wie ich vorher immer. That's what you're not doing, girl. Bam! Zerstört! Zwei Kills haben wir schon. Boah, wir sind richtig bad. Puh! So, gucken wir mal unsere Ecke an, ob der mich jetzt hier noch weiter nervt. So, da geht's jetzt langsam mal, mein Freund. Schneide die Shirts einfach hier ab. I don't like you, okay? Sehr gut, okay. Machen wir mal hier unten weiter. Wir sind immer noch nicht auf der Liste, wow! Okay, wir haben auch voll wenig Blocks nur, ist ja krass. Dafür haben wir ganz gut schon zwei Leute gekillt. Die sind richtig bad. Das ist auch interessant, wie er sich hier weiter bewegt. Aber wir räumen ihn jetzt einfach weg. Okay, jetzt machen wir... Ja, das ist sehr... Da machen wir etwas sehr Risky-mäßiges. Okay, okay, okay. Mein Licht hat auch schon den Geist aufgegeben. Das heißt, ich höre jetzt erstmal auf und ich hoffe, ihr habt trotzdem Spaß bei dieser Folge. Und checkt auf jeden Fall das Spiel aus. Das ist eigentlich echt total lustig. Und ja, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Ciao!